Hilfe! Warum geht das überhaupt? Ich will meinen Anleid... An... ja, Anleid. Ich möchte meinen Anleid sprechen. Hilfe! Ich bin schon leicht freudig drauf auf mein Raumschiff. Kann man nicht anders sagen. So, au. Ich fliege auch wirklich in alles rein, oder? So, hier vorbei, da durch. Von euch vorbei. Hallo? Da ist ein Schild-Upgrade. So. Dann hält mir mal. Wie komme ich denn da rüber? Hier war doch drüben. Weiter rechts. Viel weiter rechts. Noch eine Stelle zum Segen, wenn ich mich recht erinnere. Hier, genau. So, dann sehen wir uns doch mal hier runter und... Ach, da ist ein Artefakt. 10 von 12, okay. Ähm... Ich muss aber dadurch das giftige Wasser. Ich meine, eine Art von Angriff fehlt mir zwar noch, aber... Ob es die ist, oder ob es das Schild ist, kann ich gerade nicht sagen. Zwei ist das Schuss, ne? Ja. Gucken wir noch mal. Vielleicht fehlt mir ja doch was, um uns irgendwie das Wasser zu reinigen. Vielleicht ein bisschen Chlor. So. Super, du hast dich perfekt vorbeigedreht, dass ich dich nicht treffen konnte. So. Und von hinten. So, dich nochmal zum Heilen, bevor wir uns wagemutig hier versuchen durchzuschilden. Schilden. Ah, Tatsache. Schild macht es weg. Wunderbar. Dann haben wir das Schild gebraucht, um hier reinzukommen. Das hatten wir ja zum Glück dabei. Kann es aber nur heißen, dass hier vielleicht noch was schwereres kommt. Gleich. Hm, nö. Hm? Habe ich irgendwas übersehen? Scheinbar. Drei von fünf Schild-Upgrades. Wunderbar. Denn mehr Leben ist praktisch. So, vier. Zack, zack. Und hier runter. Zack. Gut. Gucken wir mal nochmal, was hier für Ungetüme umherschwimmen. Ja, Tatsache ein paar neue Viecher. Ich finde schön, dass es hier so viele unterschiedliche Gegner, Gegner gibt einfach in jedem Gebiet. Ihr macht doch bestimmt irgendwas. Außer euch nur verstecken. So, ich habe nur... Ich brauche ja nur Angst haben, wenn die Kamera weiter wegfährt. Oh Gott, was bist du denn? Ach, du teilst dich auf. Ist ja lieb. Ich teile aber ungern. Also, du darfst ruhig ganz bleiben, ne? La 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 la. La 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 la. Säge. Und... Ex-Entwurf, meine ich. Entwurf. Ein weiterer Entwurf für uns. Yay. Und ein bisschen davon. Und... Hier sind einige Motten. Also Riesen... Ja, Libellen eher gesagt. Die Animation der Flügel ist cool. So, ist hier sonst noch was? Ja, ganz links scheinbar. Gucken wir nochmal rüber. Vielleicht der Libellen-Boss. Oh Gott, explodieren hier viele Schüsse. Was ist mit dir passiert? Sind ja völlig aggressiv. Ein Artefakt. Wunderbar. Gut, dann haben wir diesen Bereich hier drüben auch. Yes. Wunderperfecto Mio. Können doch alles schon einsammeln. Frage ich mich ja, was die letzte Fähigkeit sein wird. Bestimmt am Ende wird dann noch so abverlangt, dass wir eigentlich alles, was wir gelernt haben, miteinander kombinieren. So, ihr räumt uns alle schön den Weg frei. So ist brav. Ihr schwimmt mal besser nicht im Weg, sonst seid ihr tot. Ich hab einen Greif... Aua. Hm, zwei. So. Scheißegal. Hab mich schneller vollgehalten durch die Schüsse, die ich kaputt gemacht hab. Ach, hier nach rechts waren wir noch nicht. Immer vergesse ich nach rechts zu gehen. Schlimm. So, gucken wir doch mal, was hier ist. Noch ein Artefakt. Wunderbar, nächstes gleich. Jo, es zeigt halt, wie... wie der Planet umregend eingesiedelt wird in Kurzabschnitten. Lustig. Ja, du. So, und hier wollen wir hoch. Glaube ich. Und auch, wenn wir unser Schild schon wieder bereithalten. Flupp, um hier durchzukommen. So. Jetzt haben wir... alles getan, was ich vorhatte. Können wir mal gerne raus scrollen. Im lilanen Bereich. Genau, der weiß ist auch abgeschlossen. Jetzt muss ich nur noch einmal in den blauen Bereich. Und danach gibt's in den orangenen und roten. Und dann haben wir das Spiel fertig. Wunderbar. Wunderbar. Ah, es passt sich alles an hier. An meine Spieltechnik. So, hier unten waren wir schon drin. So. Waren wir hier auch schon drin? Ah, Moment. Müssen wir ja sogar, wenn man gar nicht mehr jetzt anders durchkommt. Huch, hat das Fiege sich anders positioniert, oder was? Nachdem's gestorben ist. Naja, muss jetzt nicht stören. Ja, es hängt wieder mittig da. Es war hinten vorhin schräger da. Hm. Hat sich wohl was gebrochen. Sollen mich aber nicht stören. Wir gehen aber weiter. Ne, hier. So. So. Dann schieben wir einfach weg. Mit meiner scheinen Säge. Aua. Ich wollte es eigentlich nur wegschieben, aber es wollte, hatte mich lieber aufgefressen. So, wo sind wir? Hier. Okay. Säge. Oh, ist noch weg. Okay. Nein, nicht ganz. So, jetzt ist er dabei. Ja, hallo. Schieß doch drauf. Wenn die Schlüssel nur außerhalb vom Bildschirm hingehen, kann ich nichts dafür. So, und jetzt lass mich hier durch, mein Goethe. So. Oh Gott, wieder über das Säge hinweg. Schlaf, Baby, schlaf. Und hier rüber. Richtig? Richtig. Ja, meine Säge hängt. Ach cool, die kann hier hängen bleiben. So. Na wunderbar. Kann man sich doch nicht beschweren. Unser Schild-Upgrade haben wir auch gleich. Schuss-Upgrade haben wir kein einziges gefunden. Seltsamerweise. Aber vielleicht kommen ja noch welche. Ne? Man weiß ja nicht. Ich gönne mir kurz einen Schluck Eistee, wenn mir das vergönnt sei. Da mein Hals sich doch schon sehr leicht beanschlagen lässt, durch dieses Dauerkommentieren. Und nach rechts. Okay. Wunderbar. So. Na du. Ich weiß schon, was ich hier machen muss, um reinzumuschen. Aber ich will den noch nicht hier reinmuschen. Ich muschel nämlich erst noch hier rüber. Und gucken, ob ich das aufkriege. Gucken, was da ist. Und da oben war ich schon. So. Ah, zu früh. Erstmal an der schönen Koralle hier vorbei. Irgendwo geht's dann hier runter. Jo, passt noch. So, hier geht's dann runter. Eigentlich ist der Dreifachschuss unter Wasser ja schlechter, weil er nicht so weit reicht. Allerdings macht er ja auch drei Schüsse gleichzeitig, dass es ihn dann doch wieder etwas besser gestaltet. Wie tief denn noch? Ist ja wie Atlantis. So, Raketen. Ich glaube, hier war ich aber schon. Glauben ist aber nicht Wissen. Just have a look. If there is something, then you were there. Na, hier war ich schon. Ja, hier war ich schon. Gut. Dann weiß ich wenigstens, dass ich hier nicht mehr hin muss. Auch wenn das Spiel mir sagt, dass ich hier hin kann. Dann muss ich das einfach nochmal scannen, wenn ich es fertig habe. Das bleibt einfach markiert. Wunderbar. Ähm. Dann möchte ich... ...nach rechts unten als nächstes. Einfach zur Kartenvollständigkeit halber. Genau. So. Oh Gott, der Wasserbereich ist ja so aufgesplattet. Dann möchte ich nach oben rechts. Und im Wasserstrudel noch ein paar Ausgänge gehen, die ich noch nicht gegangen bin. Deswegen will ich einfach den Schuss schonmal aus. Und... ...hinwege... ...bewege mich hinfort über diese Quallen. Beziehungsweise drunter vorbei. So, hier rein möchte ich. Richtig? Yes. Ich möchte gleich nach unten. Am besten. Ich glaube nicht, dass der Schild mich vor dem... Nein. Schützt mich kein Stück. Gut. Dann gucken wir einfach alle paar Sekunden auf die Karte. Fliegen gegen... ...gegwirklichen Stachel... ...gegen... ...wopala. Wuiuiuiuiui. Danke für die Heilung. Gucken auf die Karte. Nach links müssen wir. Und dann nach unten. Links... Unten. 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 So, hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Keine Schuss. Dann fliegen wir eben noch eine Runde. Huiuiuiui. Yes. Hurra. Ich bin so glücklich. Mein Gott. Muss ich mich da irgendwie an der Koralle richtig fest... Oh Gott. Oh Gott. Ich muss mal langsamer fliegen, dass ich mir die ganzen... ...die Dinger mitnehme. So. Runter. So. Nach da möchte ich. Hier möchte ich nochmal runter. Und hier möchte ich mich gleich an der Koralle festhalten, sodass sie mich nach unten bringen könnte. Wie? Muss nochmal probieren. Irgendwann schaffe ich's schon. Es wäre halt noch gut, wenn die Heilung irgendwie wiederkommen würde, dass ich nicht jedes Mal... ...also dass ich jetzt nicht gleich irgendwann hier drin sterbe. Aber ansonsten hab ich kein Problem damit hier noch ein paar tausend Runden zu drehen, bis ich alles hab, was ich möchte. Oder gibt's einen anderen Weg? Ja, es könnte noch sein, dass ich von dort irgendwie... ...das ist ja alles verknüpft. Schauen wir gleich noch einmal. Schauen wir gleich noch einmal. Wenn ich jetzt bei dem Versuch nicht schaffe... ...irgendwie hier nach unten zu gelangen... Beziehungsweise die ganze Koralle so zu biegen, dass ich einfach hier runterkommen würde. Ne, ich kreise höchstens die Koralle aus. Hier lang ist schon mal falsch, gut. Aber wir können noch mal kurz hier rausgehen und uns jetzt noch mal heilen. So. Irgendwie wieder ein riesengroßes Alien-Raumschiff sind. Und dann... ...wollen wir erstmal bis zur Kreuzung. Zack. Hier ist eh keine Entscheidung, aber hier unten dann. So. Hier wollen wir... Wollan wollen wir denn? Nach unten. Ganz weit nach unten. Unten. Und wenn wir unten sind, wollen wir nach links. Das hätte gehen können, hätte ich mich nicht festgehalten. So, jetzt werden wir hier einmal eine riesengroße Runde im Kreis schwimmen. Wunderbar. Du 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 Nein, da runter wollen wir diesmal. Boah. Ja, genau da rein wollte ich. So, und jetzt nochmal hier runter und da noch einmal runter. Nein, wieso bin ich immer so schlecht dafür? Nein. Noch eine Runde. Halt mich. Danke. Hier können wir mich eh überall festhalten. Was ich nicht mehr brauche. So. Hier war es was zum Reingraben. Das wurde gar nicht auf der Karte angezeigt. Das schauen wir auch gleich nochmal an. Müssen wir uns merken. Merken wir uns das? Ich glaube nicht. Ich hoffe, dass ich es mir merke. Ansonsten schreibt mich in den Kommentaren an, dass ich es mir nicht gemerkt habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. So, jetzt aber. Jetzt brauchen wir den in unserem Psystrahl. Ah, okay. Jetzt verstehe ich auch, warum wir hier noch nicht waren. Konnten hier noch gar nicht vorhin. Äh, da unten ist eh nichts. Okay. Äh, brauche ich festhalten oder schießen? Psystrahl brauche ich. Hallo? Hallo? Okay. Lebt hier irgendwas? Eintreffer und ich bin tot, ne? So, ein Fünftel des nächsten Schuss-Upgrades. Na wunderbar. Nur für das eine Teil war das Ganze. Uiuiui. Gut. Dann haben wir auf jeden Fall das. Jetzt können wir ja auch einfach sterben. Allerdings wollen wir jetzt noch dieses Säge-Dings durchsuchen. Gucken, was sich dort denn befindet. Und wir können ja hier gleich nochmal rausgucken. Genau. Weil wir hier oben gleich einen Ausgang haben. So. Können wir uns heilen und komplett heilen. Komplett heilen? Danke. Ich wollte mich schon beschweren. So. Jetzt nochmal hier durch. Darüber. Darunter. Nicht da noch zu früh runter. Jetzt, da heilen wir uns nochmal komplett voll. So. Hier längs. Und jetzt hier gleich wieder. Einmal unten lang. Und immer noch unten lang. Aber hier jetzt hoch und die Säge nehmen. Und gleich irgendwo links am Rand. Bei dem zweiten Aufweg. Hier. Da ist irgendwo, waren irgendwo Steine. So. Genau. Und es ist hier. Ach, hier war nur ein Item. Okay. Das ist nur so ein kleiner Durchgang, der nicht angezeigt wird auf der Karte. Warum auch immer. Gut, dann haben wir das auch. Dann können wir noch eine Runde drehen und müssen da wieder raus. Da runter. Wir wollen sowieso immer in der Strömung hinterher. Jetzt haben wir gar kein Problem mit dem Ganzen hier. So. Hier wollen wir dann nur gleich raus. So. Zack. 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 So. Guten Tag. Zack. Zack. Zack.